Frohe Ostern, meine Lieben! Ich habe heute zwei Osterbücher für euch. Entchen hilft dem Osterhasen und Wer bringt die Ostereier? Mit welchen fange ich denn an? Ich glaube mit Wer bringt die Ostereier? Ich liebe ja Ostern. Ich finde, Ostern ist eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit und ich habe die schönsten Kindheitserinnerungen an Ostern. Ich hoffe, ihr mögt Ostern auch und auch wenn es ein bisschen anders ist als die letzten Jahre dieses Jahr. Aber alles ist ein bisschen anders im Moment. Ich hoffe, ihr genießt es trotzdem und habt einen ganz, ganz, ganz schönen Ostertag. So, dann lesen wir mal. Könnt ihr das so sehen? So, ja? Nino, Nino, ich muss dir was zeigen, piepst das kleine Kükenlili aufgeregt. Das kleine Häschen Nino blinzelt. Es liegt noch in der warmen Höhle bei seiner Hasenmama. Na gut, ich komme, gähnt Nino und hoppelt seiner Freundin hinterher. Lili zeigt Nino ein Nest mit fünf bunten Eiern. Komisch, Ostern ist doch erst morgen, wundert sich Nino. Da war mein Papa, der Osterhase, aber früh dran. Wie dein Papa? Die Eier sind von meiner Mama, ruft das kleine Küken empört. Nino hoppelt wütend davon. Lili versteht das alles nicht. Wer bringt denn nun zu Ostern die Eier? Schnell läuft das Küken zu seiner Hühnermama. Die nimmt Lili fest in den Arm und wispert ihr das Geheimnis um die Ostereier ins Ohr. Lili sucht Nino überall im hohen Gras und unten am Fluss. Da sieht sie plötzlich hinter dem großen Stein zwei Hasenohren hervorblitzen. Laut ruft das kleine Küken. Nino, wir haben beide recht. Weißt du, erklärt Lili, die Hühner legen die Eier und die Hasen malen sie an und verstecken sie. Toll, jubelt Nino. Dann kann ich später jemand Osterhase werden. Klar, und ich werde ein Osterhuhn, lacht Lili und umarmt ihren Freund. Tja, und ich habe mich auch immer gewundert, warum denn eigentlich Hasen Ostereier bringen? Was haben denn Hasen bitte mit Ostereiern zu tun? Und jetzt wissen wir es. Und jetzt, weil das so kurz war, kommt noch ein zweites. Und zwar Entchen hilft dem Osterhasen. Heute will Mama Ente ihren kleinen Entenkindern das Schwimmen beibringen. Plitsch, platsch, hüpft ein gelbes Entchen nach dem anderen in den Teich. Nur ein kleines Entlein hat Angst vor dem Wasser. Komm doch, schnattern seine Geschwister. Nein, ich will nicht. Niemals piepst das Entchen trotzig und bleibt allein am Ufer zurück. Doch halt, was ist das? Da tauchen plötzlich zwei lange Ohren im grünen Gras auf. Hallo kleines Entlein, willst du mir helfen, die Ostereier zu verstecken? Fragt der Osterhase. Gerne freut sich das Entchen und nimmt ein buntes Ei aus dem Korb. Im hohen Schilf gibt es sicherlich viele gute Verstecke, denkt es. Doch oje, das Ei kullert davon und plumpst in den Teich. Erschrocken blickt das Entchen hinterher. Aber dann nimmt es all seinen Mut zusammen, hüpft ins Wasser und rettet das Osterei ans trockene Ufer. Das hast du sehr gut gemacht, lobt der Osterhase. So schnell es kann, watschelt das kleine Entlein nach Hause. Mama, Mama, ich kann doch schwimmen, ruft es und erzählt stolz von seinem Abenteuer. Dann kuschelt es sich zufrieden an die warmen, flauschigen Feder der Mutter und schläft ein. Jetzt wünsche ich euch noch ein wunderschönes Osterfest und bis morgen. Tschüss!